Hallo ihr Lieben, wir machen ein winterliches Makronendessert. Wir würfeln zwei Birnen. Und lassen ein Glas Pflaumen abtropfen. Dann nehmen wir eine Packung Puddingpulver. 4 Esslöffel Zucker und 8 Löffel Pflaumensaft. Den restlichen Pflaumensaft mit Milch auffüllen, sodass es insgesamt 500 Milliliter sind. 1 Viertel Teelöffel Zimt hinzufügen. Und alles aufkochen. Dann das Puddinggemisch hinzufügen und kurz aufkochen lassen. Dann die Pflaumen und die Birnen hinzufügen. Danach den Pudding in eine Auflaufform geben. Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Dann raspeln wir 400 Gramm Marzipan. Geben 1 Viertel Teelöffel Zimt hinzu. Etwas Zitronenschale. Und eine Prise Salz. Dann noch ein Ei. Und zwei Eigelb. Die Masse gut verkneten und in einen Spritzbeutel mit großer Tülle füllen. Die Masse gut verknetern. dann 10 minuten backen das dessert mit puderzucker bestäuben und mit sahne servieren schaut euch noch andere tolle rezepte von uns an ich sag danke und bye bye schaut mal bei uns rein wir haben ganz viele playlists die rezepte sind nach kategorien festtagen und kontinenten sortiert da ist für jeden was dabei und natürlich abonnieren nicht vergessen danke ciao